Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, vor allem natürlich die Info, Donnerstag 20.30 Uhr, nächstes Jahr will der FIFA Mobile Live-Team. Seid gerne mit am Start, wird sehr, sehr nice. Das kann ich auf jeden Fall schon mal garantieren. Und ja, Freunde, das wird heute jetzt kein normales FIFA Mobile Video, sondern ihr seht schon im Titel und Tablet, das wird hier das Giveaway, das 5K-Abo-Special, besser gesagt Giveaway. 5K-Abos-Giveaway hatte ich ja schon damals angekündigt, dass ich das wieder machen werde. Jetzt ist wieder so viel passiert in der letzten Zeit und wir sind auch wieder so hochgegangen mit den Abos. Wir stehen ja jetzt kurz vor dem 6K. Aber, Freunde, ich wollte euch trotzdem nicht das Gewinnspiel erstreichen, sondern das hat Tradition. Ab immer einen bestimmten Meilenstein, also ab den Tausender Meilenstein, gibt es immer ein Giveaway von mir. Auch jetzt an die neuen Leute, die jetzt dabei sind. Hier gibt es jetzt hier die Chance, einmal 15 Euro Google Play oder iTunes-Karte zu gewinnen, Freunde. Mit der könnt ihr dann anstellen, was ihr wollt, ob ihr sie in FIFA Mobile reinhaut oder woanders. Das ist dann euch überlassen. Aber wie gesagt, ich wollte euch was zurückgeben bei einfach euer Support. Wie gesagt, einfach zu geisteskrankheit in den letzten Wochen, in den letzten Monaten generell. Euer Support ist einfach nur heftig. Ich habe so Bock auf FIFA Mobile. Der Grind geht immer weiter, Freunde. Das ist eine klare Sache, der wird nicht aufhören. Und ich bin jetzt schon riesig gehypt auf das neue EA Sports Spiel. Da werden wir dann auch reingehen. Also da sind wir ja, es dauert auch nicht mehr lange, Freunde. Das steht eigentlich schon fast vor der Tür. Ich meine, wir haben jetzt Juli, dann kommt August und ich glaube im September, Oktober in dem Zeitraum wird es dann schon kommen. Also ich freue mich, Freunde. Ich freue mich. Ich werde natürlich da auch am Start sein. Und ja, Freunde, jetzt hier zu dem Giveaway auf jeden Fall. Was ihr machen müsst, teilnehmen bedingen ganz einfach. Einfach ein Abo da lassen auf den Kanal, ein Like auf das Video und auf Instagram folgen, Freunde. Instagram ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Warum Instagram, Freunde? Weil ich euch darüber dann benachrichten werde. Ich werde euch dann eine Nachricht darüber schreiben, also an den Gewinner. Und genau, deswegen müsst ihr auch auf Instagram reinfolgen. Und zum letzten und zum vierten Schritt, was ihr noch machen müsst, ihr müsst einen Kommentar schreiben mit zum Beispiel Ich möchte gewinnen und dann euren Insta-Namen. Schreibt einfach, ja, ich möchte gewinnen und dann euren Insta-Namen. So würde ich jetzt einfach mal, würde ich es einfach mal so sagen, dass ihr es so machen könnt. Ihr könnt auch anders schreiben, wie GG zu den 5K-Abos und dann halt den Instagram-Namen. Wenn ihr nicht den Instagram-Namen mit hinzuschreibt, seid ihr nicht dabei, weil ich brauche halt das, um euch zu kontaktieren. Wer kein Instagram hat, der kann seinen Discord-Namen auch reinschicken. Falls euch, ich denke mal, die meisten euch haben Instagram, oder? Also, ich fasse nochmal zusammen die vier Schritte. Erstens, Abo dalassen auf dem Kanal. Zweitens, liken. Drittens, auf Instagram folgen. Wie gesagt, Instagram ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und viertens, ein Kommentar schreiben mit eurem Instagram-Name, Discord-Name. Aber, ja, das sind auf jeden Fall die Voraussetzungen von den Teilnahmebedingungen. Und dann wünsche ich auf jeden Fall jedem da draußen viel Glück. Das Giveaway werde ich dann wahrscheinlich, ja, ich habe es eigentlich immer so zwei Wochen laufen lassen, werde ich diesmal auch machen. Also so roundabout zwei Wochen werde ich es laufen lassen und dann auflösen. Genau, also wie gesagt, ihr könnt hier nochmal 15 Euro Google Play oder 15 Euro iTunes-Karte gewinnen. Das dürft ihr dann entscheiden. Das darf sich der Gewinner dann entscheiden. Oder aussuchen, was er gesagt hat, was er haben möchte, was er für ein Gerät hat. Und, ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel, viel Glück. An alle natürlich viel, viel Glück. Und dann würde ich sagen, soll es das eigentlich schon gewinnen sein mit diesem kurzen Video, Freunde. Wie gesagt, heute mal kein FIFA-Moba-Video, sondern einfach mal ein Dankes-Video, Freunde. Ein Giveaway-Abo-Special. Weil, wie gesagt, ich hatte es angekündigt bei den 5K-Abos. Und ich möchte meine Versprechen gerne einhalten. Deswegen, ja, mache ich das jetzt hier. Also, Freunde, ich würde sagen, viel Glück an alle. Macht gerne mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen dann in alterfrischen Video. Morgen gibt es dann wieder, wie immer, ein FM-Video. Bis dahin, Freunde, macht's gut. Haut rein und ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020